Herzlich willkommen zum Spechte-Remix, dem digitalen Auftakt zur Ausstellung Spechte am Meisenknödel im Ernst-Balach-Haus hier in Hamburg. Die Ausstellung selber wird heute zum künstlerischen Ausgangsmaterial und in eine audiovisuelle Performance transformiert. Die Künstlerinnen Sanna Meier und Lisa Kannauke haben modifiziertes Bildmaterial der hier ausgestellten Werke angefertigt und werden dieses auf die Glasskulptur hier im Hintergrund projizieren. Darauf werden die Klangkünstler Christian Werner Sierra und Sven Miesner akustisch reagieren und dabei entsteht der Spechte-Remix. Dieser Livestream wird präsentiert von der Bildhauerklasse unter Elisabeth Wagner, der Mutesius-Kunsthochschule Kiel, dem Ernst-Balach-Haus und dem Atelier Umraum. Und wir hoffen, dass dieser kleine kulturelle Appetitanreger Sie dazu verleiten wird, wenn möglich, auch selber live und in Farbe hier die Ausstellung zu besuchen. Bis zum 12. September ist die Ausstellung verlängert worden, deswegen stehen die Chancen ganz gut und deswegen ohne weitere Umschweife, Spechte-Remix. Das ist die Ausstellung verlängert worden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020